Mit dem Börsengang in den USA sorgt Weibu weltweit für Aufsehen. Bislang war das Internetunternehmen fast nur in China bekannt. Dort ist Weibu allerdings innerhalb von nur fünf Jahren seit der Gründung zum führenden Kurznachrichtendienst aufgestiegen. Trotz der Startschwierigkeiten beim Gang aufs Parkett legten die Aktien im Laufe des Handels deutlich zu. Ein Erfolg, der viele Händler an den Börsengang von Twitter vor rund einem Jahr erinnert. Denn am ersten Handelstag stiegen die Twitter-Aktien ebenfalls kräftig. Weibu hat insgesamt 144 Millionen aktive Nutzer, allerdings nur in China. Twitter ist dagegen weltweit vertreten und hat fast 100 Millionen mehr. Die Chinesen haben im vergangenen Jahr umgerechnet 136 Millionen Euro umgesetzt. Bei Twitter war es mehr als dreimal so viel. Allerdings schreibt Weibu deutlich weniger Verluste als Twitter. Während Twitter oft als freies Medium gefeiert wird, das mithalf, Diktaturen zu stürzen, ist Weibu in China der Zensur ausgesetzt. Als sich Nutzer vor drei Jahren darüber beschwerten, wie langsam die Regierung einen Unfall zweier Hochgeschwindigkeitszüge aufklärte, wurden Beiträge zensiert. Einige Anleger fürchten, dass diese Art der Zensur das Geschäft von Weibu beeinträchtigen könnte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.